Willkommen auf dem Kanal die richtige Wahl. In diesem Video werde ich über das Siemens KG36EALCA Kühlschrank sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Laufrost-Technologie mit Ihrem Spezialverdampfer reduziert die Eisbildung auf ein Minimum. Das wenige Eis, das sich bildet, wird gleichmäßig verteilt, sodass das Abtauen schnell und einfach erfolgt und der Energieverbrauch Ihres Kühlschranks niedrig bleibt. Minimieren Sie die Arbeit beim Abtauen mit Laufrost. Alles im Kühlschrank auf einen Blick. Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt, die LEDs sind langlebig und energieeffizient. Die optimale Aufbewahrung für Flaschen. Flaschen brauchen ihren eigenen Platz im Kühlschrank. Bottle Rack ist die perfekte Lösung. Ob große oder kleine Flaschen oder sogar Dosen, in den optimal passenden Einzelregalen können Sie sich sicher ohne lästiges Rattern und immer in Reichweite aufbewahren. Bewegliche Glasablagen erleichtern das Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln. Easy Access Glasablagen. Dank der Easy Access Glasablagen behalten Sie Ihre Lebensmittel bestens im Blick und in Reichweite. Für mehr Komfort beim Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln lassen sich die Glasablagen jetzt auf Profilschienen bequem bis zur Mitte herausziehen. Auch vollbeladene Ablagen gleiten leichtgängig und kippsicher. Die rahmenlosen Ablagen bestehen aus hochwertigem, robusten Glas. Damit haben Sie die optimale Übersicht und nichts bleibt verborgen. Schnelles Kühlen von Lebensmitteln. Supercooling. Mit Supercooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert. Immer zuverlässig. Das Multi-Alarm-System. Das Multi-Alarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt. Beispielsweise, weil die Tür offengelassen wurde. Bruchsicher und reinigungsfreundlich. Die Safety-Glasablagen. Alle Glasablagen bestehen aus extra starkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal was um, wird hier verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum. Extra großer Lagerraum für die flexible Aufbewahrung von Gefriergut. Big Box. Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine große Gefrierdose mit frisch gepflückten Blaubeeren. Die Big Box bietet extra großen Lagerraum für große Lebensmittel. Mit nur wenigen Handgriffen wird alles verstaut und gestapelt. Und wenn Sie noch mehr Platz brauchen, können alle Schubladen und Ablagen problemlos entfernt werden, sodass Ihnen der gesamte Raum im Befrierschrank zur Verfügung steht. Immer die richtige Temperatur. Fresh Sense. Schon geringste Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf die Kühlgefrierkombination, können die Bedingungen im Kühlschrank beeinrichtigen. Und damit auch die Frische Ihrer Lebensmittel. Um das zu vermeiden, misst Fresh Sense die Innen- und Außentemperatur des Kühlschranks und erkennt, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Sobald eine Änderung erkannt wird, steuert das Kontrollsystem sofort gegen, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Im Hyper Fresh versprochene Temperatur nicht hat. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Hervorragende Kühl-Gefrierkombination, stabile Einteilung, der geringe Energieverbrauch. Das war's mit unserem Testbericht zum Siemens KG36EALCA Kühlschrank. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!